So, und jetzt zu dir und zu dir. Das fährst du ab, genau. Oh, verdammt. Huh. Das war aber knapp. Ah, hör auf zu nerven. Oh, das kommt. Jetzt bloß keine Fehler mehr machen. Und tschüss. Oh yeah. So, das hätten wir hier erledigt. Jetzt ist erstmal wieder Ruhe eingekehrt. Ach komm, scheiß aufs Plündern. Sechs Pfeile, juhu. Hat doch was Gutes an sich. Ah, gut. 96 Meter. Tja, ich laufe mal hier oben lang. Vielleicht kann ich dann von oben quasi auf die Feder drauf hüpfen. Oder so. Sieht aber eher nicht danach aus. Na, vielleicht doch. Wo ist ein Hund hier? Äh, komm. Da war ich drauf. Das war jetzt arschig. Ach so, war nur so ne Geschichte hier. Jawohl, noch ne Feder. Ach ja, das wollte ich mir angucken. Genau. Markiere ich mir mal ganz... Naja, ist geradeaus. Egal, markiere ich mir trotzdem. Ja, da hab ich doch schon ganz gut was abgegrast. Ich glaube, ich werde noch die hier machen. Und dann geht's in ne Stadt. So. Bekanntheitsgrad 1. Das ist ganz cool. Bam. Jetzt gibt's sie aufs Maul. Jetzt haben die schon versagt. Hehehe, hat er das Stil. Na toll, was hat das jetzt hier gebracht? Ah, hab ich schon die Kiste geplündert. Super. Naja. Hatten wir wenigstens noch ein bisschen unseren Spaß. Na, ich... Ach komm, ist hier direkt in der Nähe. Eigentlich will ich gar nicht so viele Federn sammeln, weil ich immer so im Hinterkopf hab, dass das langweilig ist. Aber... Letztendlich ist es Bestandteil des Spiels, ne? Also... Ich bin gar nicht inkognito. Ich hab hier Bekannheitsgrad 1 voll verwirrend. Uh. Was kauft denn hier ein Wolf? Bam. Bam. Und der Nächste? Wo bist du? Anders, komm her. Zeig dich. Da bist du ja. Und tschüss. Jawohl, ja. Vielen Dank für das Fell und den Rest. Sehr gut. Wolfsfänge, genau. Muss ich hier aussammeln. Auch noch mehr Wölfe. Darauf hab ich jetzt gerade eigentlich gar keinen Nerv. Deswegen laufe ich hier kurz über die Bäume und erledige die gleich. Ih, okay. Was soll ich denn da hoch? So. Schön, schön. So, und um schnell runter zu kommen. Bam. Erledigen wir den Wolf hier direkt von oben. Aber richtig. So, ich würd mal sagen, so langsam wird's auch mal wieder Zeit für ne, äh, Stadt. Na? Ja, sehr gut. Ja, aber... Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Eigentlich müsste ich den Trupp da ausschalten. Weil der in dieselbe Richtung läuft wie ich und mich eventuell bemerken wird. Na, dann wohl doch nicht. Mon, mon mort, mon nos. Gut. Oben auf der Spitze der Kirche. Na, dann. Ab nach oben. So. Äh, okay. Warum will der jetzt da nicht weiter hoch? Ach, Pussy. Wo ist denn hier? Da ist der. Kawusch. Nice. Wie geil ist das denn? Alter, wie geil war das denn bitte? Wie geil war das denn eben bitte? Alter, die sollten mich öfter so zu zweit angreifen. Ich find das so episch einfach nur. Wie der die beide abwehrt und dann einfach abmetzelt. Ach, ist das geil. Ist das geil. So. Ach, ich wollt doch eigentlich gar nicht mehr hier. Mann, was mach ich denn hier? So, wir müssen noch einmal nach Boston. Das heißt, ich muss sowieso da unten zum Hafen hin. Da kann ich mich auch direkt hin teleportieren. Spare ich mir den Weg. Und dann wollte ich kurz nach Boston. Nach New York. Den Rest in New York machen. Ah, Boston eventuell befreien. Und mal schauen, was so noch anfällt. Ja, wenn ich schon hier bin. Na, ich ist direkt da drüben. Okay. Was kann man hier denn entdecken? Ein Waschbär. Oh, okay. Hier gibt's Waschbären. Alter, wie der abstratzt gerade, der Waschbär. So. Ein Geniestreich. Mal wieder. Von mir. Hoch mit dir da. Ach, du wirst doch wohl da hochkommen. Eben. Am Arsch. Das geht jetzt so locker flockig, oder was? Nein. Ja. So. Hier, geblieben. Waschbären muss ich doch aussammeln, oder? Genau. Waschbären, Pelz. Alter, der eine noch nicht mal tot hat, steck dir die Klinge schon im nächsten. Interagieren. Achso, das war jetzt die Geschichte hier. Um Verstärkung aus Eisen. Warum kann man sich nicht nochmal zusätzliche Kanonen holen? Hagelladung. Die alles in Stücke reißt. Mastsegel, selbst die Mannschaft. Sehr effektiv gegen kleinere Schiffe. Okay. Spitzgeschoss. Schrammsporen. Das wollte ich aber gar nicht. Da wollte ich interagieren. Genau. Uh, es gibt wieder neue hier. Bilds Versteck. Wurde in der Karibik gesichtet. Der Muslim verfolgt. Und, okay. Aber das hatte ich doch schon. Oder? Okay, auf jeden Fall gibt es hier wieder neue Routen, die es zu sichern gilt. Das heißt, das wird auch noch gemacht. Aber erstmal geht es jetzt nach Boston. Das wollte ich schon die ganze Zeit. Und dann, oh, dann sammle ich noch das. Und dann, oh, dann das. Das ist echt heftig in dem Spiel. Oh, hier gibt es sogar noch eine Almanachseite. Das ist doch mal sehr gut. Die hole ich mir. Dann habe ich die hier komplett. Auf jeden Fall. Ich habe ansonsten eigentlich alle, ja. Das dürfte hier die letzte Seite sein, die es noch gibt in Boston. Jetzt muss ich hier durch. Jawohl, und da durch. Okay, geil. Ich wusste nicht, dass man hier hoch kann. Oh. Entschuldigung. Tut mir leid. Das war keine Absicht. So. Ja, tut mir auch leid. Hier kommen, regeln wir gleich mit dem Sprecher ein. Oder hätte ich fast gesagt. So. Da hoch muss ich ganz. Ach, komm. So. Bin ich erstmal fett hier wieder inkognito. Und dann komme ich mal von dieser Seite hier an. Und versuche mir die Seite zu schnappen. Da haben wir sie ja. Ach, komm, spring. Jawohl. Damit haben wir alle Almanachseiten hier. Was haben wir denn da? Schönes. Abenteurer. Da ist Siedlungsmission. Da gibt es noch Prügelei. Die muss ich noch machen. Machen wir erstmal die Abenteurer-Missionen, die es hier gibt. Wuuu. Plan für neue Erfindungen. Freigeschaltet. Cool, Richards Almanachse. So, und jetzt muss ich nochmal kurz unterbrechen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Was gibt es denn hier für eine Abenteurer-Missionsgeschichte? Okay, Tür öffnen. Was geht ab? Das Seemonster. Ich bin kein Seemann, aber ich weiß, es gibt ihn. Einige nennen ihn den Kraken, andere nur Seemonster. Er soll 50 Fuß lang sein, ungelogen, und Schiffe zum Spaß versinken. Ihr werdet mich nicht auf hoher See auf der Suche nach ihm finden. Das kann ich euch wohl garantieren. Doch das Rätsel muss aufgeklärt werden. Okay, geil. So ein fetter Kraken. Das Seemonster. Ich muss Gespräche in der Stadt lauschen. Alles klar. Da unten gibt es gar nichts mehr so ziemlich. Ich weiß gar nicht, ob hier noch irgendwie was ist, weil das sieht noch so viel aus. Hier auch. Als wäre hier noch alles so voll. Naja, wie dem auch sei. Da ist Hafen, Hafen. Hier ist irgendwas anderes. Kuriermission. Lieferauftrag. Befreiung. Ja. Befreiungsmissionauftrag. Dahin muss ich auf jeden Fall. Ich gehe mal da zum Hafen hin. Wow, okay. Hatte ich bisher auch noch nicht. Hatte ich bisher auch noch nicht bei dem Spiel. So. Bei dem Gemischtwarenladen. Ein bisschen da drüber ist die Kuriermission. Die nehme ich mal an. Was soll ich denn liefern? Na, wie kann ich helfen? Gern geschehen. Ja, aus dem Weg. Wuhu. Bitte. So, hier ist noch einer. Da haben wir ihn. Danke. Bitte. Und da ist...